Was ist eine somatoforme Störung? Was in Klammern für die meisten heißt eingebildet, was übrigens nicht stimmt. Für die Ärzte, vor allem somatische Kollegen, somatisch arbeiten, es ist ärgerlich, weil sie machen Untersuchungen, finden nichts, aber dem Patienten geht es trotzdem schlecht und sie können ihm nichts an die Hand geben. Da das so ein Geschmäckle immer hat, ist die Klassifikation verändert worden. Früher hat man Menschen ewig untersucht, bis man wirklich sagt, da ist nichts körperliches, dann muss da ja was psychisches sein. Das war aber nicht das Problem. Es ist ein bisschen der Hypochondrie verwandt, aber doch was ganz Eigenes. Die Diagnoseänderung, da wird es somatische Belastungsstörung genannt. Es geht also im Kern darum, und das ist die eigentliche Definition, dass man durch hartnäckige körperliche Symptome enorm belastet ist. Und dass sich für diese Symptome keine so richtig überzeugende körperliche Ursache finden lässt, aber trotzdem gibt es diese Symptome. Sie sind nicht eingebildet, sie sind da und sie belasten den Patienten erheblich. Musik 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 Musik